Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebes Flammen-Novena, 8. Tag Die armen Seelen, die sich selbst nicht helfen können, leiden darunter, dass so viele Menschen auf Erden nicht wissen, was sie tun. Sie leben vor sich hin, ohne an Gott, an die Ewigkeit und damit an den Sinn des Lebens zu denken. Und sich schon jetzt vorzubereiten auf die Begegnung mit ihrem Schöpfer und Erlöser in der Stunde des Todes. Allmächtiger, ewiger Gott, bewahre mich vor einem trägen und gleichgültigen Herzen. Lass mich schon jetzt die wahren Werte des Lebens erkennen. Lehre mich, meine Tage zu zählen und dir immer näher zu kommen, bis ich dich schauen, anbeten und verherrlichen darf in deinem ewigen Reich. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, dass wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Heilige Maria, Mutter Gottes, Mittlerin aller Gnaden, komm uns und den armen Seele mit deiner mächtigen Fürsprache zur Hilfe. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen und Frieden. Amen. Der heimgegangenen Seelen dein, die deinem Herzen teuer, erbarm dich, ländere ihre Pein. O Jesus, lösch ihr Feuer. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.